zu kriegen scharf schütze darf ich dabei entdeckt werden ja ich darf entdeckt werden frechheit und ruhe so du auch ich habe doch nicht da ja kann wieder zu ich habe doch sprengfallen pferdepfeife ich kann mir pferde rufen geld werfen kann ich auch gut zu wissen nehmen wir doch mal eine sprengfalle nicht mit papa schlumpf hier verpiss dich und tschüss ne doch nicht die können wahrscheinlich wieder nicht schwimmen und tschüss ach man und tschüss so mach du das mal oh ey ehrlich so ne brisbacke ach der blick war ja mal heftig ach geil ja 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 Soldaten! Wir müssen sie in Schach halten, solange der Tee versenkt wird Okay Luftattentate mit Muskete, okay Was soll ich denn hier überhaupt machen? Achso Achso, scheiße, okay, okay Ich kann auch Tee mit über Bord werfen, gut Achja, jetzt wird Tee über Bord geworfen Oh Ich bin ein Genie Oh Mann, ey So, ich kümmere mich mal eben hier drüben Zack Oh, kriegen wir aufs Maul, sind wir ein bisschen scheiße So Bevor die nochmal an Bord kommen, halte ich sie auf Sehr gut, Connor Hopp Boah, wie gut ich das kann, was Oh, da drüben sind sie an Bord Was für ein Spaß So, nicht mit mir hier Rotröcke ins Wasser werfen Ja, wie So 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 vielleicht Hui Ha Weiß ich noch nicht so ganz So So, wie viele Kisten habe ich denn schon über Bord geworfen hier Also ich jetzt für diese Ah, hab wohl schon alle Ja Dann werfe ich von der Richtung in die andere Oh oh, das ist nicht gut So Alter Schwede Frame Einbrüche Uncool Nice Nice So Helfen wir mal hier noch ein bisschen mitzunehmen Weil Oh, da kommen es schon in die nächsten Und der letzte Zack Schön, schön Jawohl Getroffen Oh Egal Geschafft Sehr schön Und alle freuen sich Oh, was ist da Hm, sehen die nicht gerade mit Freude Oh, das ist aber nett Oh, das ist aber nett Besser Besser Wir verschwinden hier Ja Nicht die T-Party Zeitung in der ADB Freigeschaltet Freigeschaltet Okay Okay Sehr schön Oh, was ist das da für ein Assassinsymbol Das gucke ich mir natürlich noch fix an Bevor ich hier noch ein bisschen mitzunehmen Bevor ich hier irgendwas anderes mache So, was haben wir denn hier Achso, der steht da einfach nur noch so rum Naja Auf der Map hat sich auch nicht wirklich was geändert Deswegen Ja Würde ich sagen, das reicht erstmal Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und dann bis zum nächsten Mal Ciao